Hallo, mein Name ist Stefanie Probst, bin Tierlehrerin im Zirkus Probst und wir stehen gerade in Bernburg auf der Töpferwiese und ich nehme euch mal mit und zeige euch unseren Zirkus. Das ist jetzt unser Vorbereich, unsere Gastronomie. Hier gibt es Zuckerbratte, Popcorn, Bratwurst und alles, was das Herz begehrt. Also euch erwartet heute sehr viel Spannung, sehr viel Leidenschaft, ein tolles Programm mit zweieinhalb Stunden Artistik und Tiertressuren, Nervenkitzel mit unseren Motorrädern und noch viel mehr. Wir sehen uns entweder heute 16.00 Uhr oder 19.30 Uhr, morgen 16.00 Uhr oder am Sonntag um 11.00 Uhr und um 16.00 Uhr. ...